und servus und herzlich willkommen hier bei chromie.de und vielen lieben dank fürs einschalten wir sind hier in einem kleinen schnellen überblick für die neue phase 5 alpha dragonflight und zwar sind wir hier in den ebenen von onara und ich wollte mal so ein kleines bisschen was zeigen was man hier so sehen kann und mal so eine kleine spekulation also das ist ein etwas mehr lord lastigeres video und zwar bin ich hier ziemlich unten am ende wir nehmen mal das bild hier der ebenen von onara also hier unten wo man auch schon gedacht hat oder wo spekulationen gab dass hier zwischen der neue weltenbaum kommt also genau hier so sind war und hier ist etwas ganz besonderes und zwar sehen wir hier diese runen steine hier diese runen steine hier sind im kreis um diese insel da unten greifen ist so eine grüne armee und zentauen und sowas die wollen da sturmdrachen angreifen weil die sturmdrachen versuchen hier diese barriere zu durchbrechen also diese runen steine machen eine barriere und die können wir nicht durchbrechen außer man ist charme und nutzt die fernsicht und dann finden wir etwas ganz tolles und das möchte ich euch zeigen da vorne ist der eingang da machen wir uns mal als erstes sind man sieht dann auch die die umgebung wird ein bisschen anders wir haben so ein grün ist hier halt und da kommt man erstmal zum schwur stein also der schwur stein des grünen drachenschwams wir sehen er ist hier noch intakt das ist schon mal sehr schön nach diesem grünen schwur stein geht es dann tatsächlich noch weiter zu etwas ganz tollem was wir schon mal auf einem bild gesehen haben aber jetzt wissen dass es definitiv true ist und da seht ihr es schon ich denke wir haben den eingang zum smarag grüntraum einfach mal so hier aber einen besonderen eingang ich meine wir haben den auf als road ja schon in classic öfters gab da waren ja die damaligen traumdrachen vorgewesen haben die eingänge beschützt und so aber das hier ist etwas anderes das coole ist die gegend hier heißt uralter zweig ich war gerade schon mit maurice ein bisschen am schreiben und ich bin der meinung und ich denke auch ganz klar wir sind hier oder haben was hier drum ist was sie dieses dieses portal so festhält sind erste zweige von garnier dem ersten weltenbaum und deswegen denke ich dass das hier etwas ganz wichtiges und besonderes ist wir haben mir leider nur so ein paar grüne wachen dahinter auch sonst ist hier nicht großartig viel weiter zu sehen auf dieser kleinen insel was halt wirklich schade ist denn ja wir können hier nicht weiter gucken das einzige was wir dann jetzt noch gucken können ist da gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter raus und zwar zu dem ort wo man gedacht hat da könnte der weltenbaum hinkommen wir sehen schon hier ist alles flach okay hier ist alles flaches wasser komplett lasse flaches wasser das ist ziemlich komisch es ist ziemlich komisch hier fehlen die texturen komplett da fehlen die texturen komplett wenn wir hier weiter gehen zieht sich das so weiter durch hier bleibt flaches wasser und es fehlen halt einfach richtig die texturen und das kann nicht sein die eben also man weiß wir sind zwar eine alpha klar keine frage aber so grobe designs wie da müsste ein meer sein und nicht 300 kilometer nur seichtes wasser das kann einfach nicht sein außer es kommt dort etwas hin auch hier sehen wir dieser strand der wirkt ziemlich unfertig möchte ich behaupten wenn wir weitergehen finden wir noch mehr grafik bugs die ziemlich komisch sind entweder weil diese zone hier tatsächlich dafür gedacht ist erst mit page 9.1 oder sonst was oder 905 oder irgendwie sowas zu kommen oder aber weil hier etwas hinkommt denn noch mal also was wir hier sehen ist dass das gebiet nicht ganz fertig ist wir sehen hier unten dieses tmp pfeil nach da und hier dran gelegt wir sehen hier dass dieses gebirge hier anscheinend aneinander geklebt wurde und noch nicht ganz fertig ist von dem von dem design her und allem was man hier vor hat da sieht man es nur also es ist nicht alles ganz richtig und dieses twp ich habe keine ahnung für was da stehen könnte könnt ihr ja mal gerne in die kommentare schreiben wenn ihr das wisst tmp ich sage hier kommt etwas hin also entweder es gibt diese zwei möglichkeiten die ich mir denke aber wir können jetzt hier einmal so im kreis rum gehen und es bleibt gleich ist ein bisschen tiefer das wasser aber man sieht hier drauf ist nicht wirklich irgendwie etwas und ja es ist ziemlich 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 komisch was denn hier tatsächlich los ist weitere solcher markierung habe ich ihn nicht gefunden bisher aber es kann sehr gut sein dass wir doch hier vielleicht uralter zweig kriegen wir hier vielleicht doch noch irgendeinen weltenbaum hin entweder durch den samen den wir von der winterkönigin bekommen haben oder aber zweig von garnier ist da vielleicht irgendwas altes mit man wir hat auch auf der insel hier man sieht nichts wirkliches also hier ist nichts außergewöhnliches sind jetzt gleich wieder einmal komplett rum immer nur mal da oben drauf nee nicht auch hier nichts die insel ist aber auf jeden fall schon mal ein bisschen mehr bewaldet also hier ist ja ganz normaler wald und alles mögliche darauf nicht so wie bei der anderen insel da vorne die hat kahl war und noch nicht fertig war also entweder wie gesagt ist sie einfach noch nicht fertig oder für 9 1 10 1 10 2 was weiß ich was oder aber da soll was hinkommen das würde auch erklären warum hier die vierecke so ausgeschnitten fehlen das ist da fehlt halt wirklich etwas ich bin sehr 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 gespannt was wir hier erwarten werden können wir hier wirklich einen neuen weltenbaum erwarten wir gehen jetzt noch mal rüber dazu der insel aber nämlich gerade abgebrochen hat karsten was wir da noch so sehen aber ich denke auch hier wird nicht großartig irgendetwas sein ein kleiner torbogen naja torbogen ist halt ein fels mit wunderbarem blick dann auf diesen vielleicht bald dort stehenden baum hinter dem smarkin schwierig ich bin echt gespannt was ihr dazu sagt schmeißt es mal bitte in die kommentare und sagt mir was denkt ihr kommt hier hin ansonsten eine wunderschöne nacht wir sehen uns morgen früh bestimmt live auf twitch da erkunden mal den rest machen die ganzen quests und alles mögliche danke sehr fürs einschalten gute nacht servus mal den resten Vielen Dank.